So Leute, jetzt habe ich mich noch mal richtig in den Mund geguckt, alle. Ich habe noch mal alles zu suchen. Und hier an der Seite. Wart mal. Hier ist was. Also. Aufsprengzeit. So. Ähm. Ja. Nee, ist so nicht besser. Da. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich doch in Ruhe. Ah, hier bin ich geschützt. Vergesst du es? Aha. Das Video ist nichts. Ah! Kann ich nicht. Ah, jetzt ist ja. Warte, Mama ist richtig spannend hier. Was ist denn jetzt hier? Ah, Scheiße! Andere Richtung Link! Tot! Zeug mit Muscheln! So, jetzt habe ich wieder... ...einen Raum gefunden, wo ich wieder mal nicht weiterkomme. Okay, jetzt nichts. Warte mal! Wo bekomme ich den? Ah, lustig doch! Erwischt! Autsch! Weg du, blöder Kipto! Ach, sehr schlau! So! Lass mich in Ruhe, Wixer! Geht doch! Und wieder hoch! So! 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 Noch mal auf, bitte. Oh, hab ich gesagt. Danke für das Glücksfall, bitte. Oh nein, nicht schon wieder so was. Oh das ist schlimm, du scheiße! Was? 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 Oh mein, Anker! Das war die Truppe! Ist mal die Frise! Weicht! Ah, das geht rein! Du hast das Ding doch gar nicht berührt, Link! Mann, oh Link, Mann. Dieses Scheiß, Mann. Ich hab's nicht berührt! Ey, das ist so ein Rotzding hier. War's schon 22 Nummer? Ey, trifft mich. Gleich doch. Kann auch mal die Vase. Ey. Warte mal. Oh Gott, warte, bis er da ist. So. Klasse. Schieben, schieben. Klasse geschafft, auch meine Fresse. Was war daran jetzt so schwer? Und weiter. Oh nein. Ja, ist klar. Kann ich die nicht vernichten? Nee, natürlich nicht. Warum frage ich auch? So. Nein! Mann, Link. Du sollst da runter. Nicht da hin. Weißt du? Verstehe ich dich? Ja? Was ist los hier? Mal los. Komm schon, Link. Was hast du? Ja. Was hast du? Sehr schön gemacht. Geeks in geeks. Ich habe noch nicht mal ein Leben-Ding hier. An wann wollt ihr denn? Nein! Meine Fresse. Jetzt muss ich den hier einsetzen. Natürlich geht das wieder, aber nicht. Dann setzen wir halt den ein. So. 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 Ey, hier sind Dachen drin, die du gar nicht brauchen kannst. Lass mal gucken. So, mich heissen, Leute. Der. Der. Ich glaube, der. Und der. Yay, war richtig. Sehr gut. Oh, nein! Das war's. Ich war richtig. Ich bin hier. Bist du. Oh, Gott sei Dank. Was ist das hier drin? Oh, mies! Du solltest dich ja nicht daraus stellen! Du solltest dich nicht daraus stellen! Und er müsste eigentlich theoretisch sterben! Warum gehst du jetzt nicht auf? Wow! Was? Oh mein Gott! Ach so! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und komm schon! Yeah! Das hat schon funktioniert! Nein, das hat wieder nicht funktioniert. Und nun, Link. Du willst, dass ich verzweifle. So. Klasse. Und jetzt rüber. Und durch. Hm. Zuloräume gefallen mir nie. Sparkies! Man muss mir die Geschichte einmal zeigen. Nein, das ist die Geschichte. Okay, was ist denn, was haben wir hier? Hallo? Ein Schwarz Jelly. Das war ja schon scheiße! ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, komm schon. Nein. Wow, tief job. Oh, der macht mir langsam ein bisschen Stress. Nein! Nein! Zum Glück, ob ich ein paar fehlen will. Ah! Ja, nicht klar! Na klar! Ja! Mein Lieblingsraum! Ich bin der... ...Narmader von Typen? Äh, ist klar! Ja! So! Ah, jetzt brauche ich bei ihm... ...einen Schlüssel... ...um da ranzukommen... ...an den Gegenstand. Na gut! Ja! 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 Ich hab' nicht so viele Bomben! Haha! Ich hab' nicht so viele Bomben! Ich mal meinen Racken. Los! Yay. Das war der erste. Ok Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part gegen die Ritter der Tafelrunde. Bis gleich! Bis zum nächsten Part. Tschüüüüch!